Hallo zusammen, heute mit dem zweiten Teil zu den Neuheiten, die im Juli bzw. August in die Läden gekommen sind oder noch kommen werden. Und ja, ohne viele weitere Worte, starten wir mal mit dem zweiten Teil und ich wünsche euch viel Spaß dabei. The Charms and Potions ist die zweite Erweiterung zu Harry Potter Hogwarts Battle und erhöht die Spielerzahl auf fünf Helden dank des neuesten spielbaren Charakters, Genie Weasley. Verbessere deine Erfahrungen mit Zauberfähigkeiten, die dir im Kampf gegen Neuschurken, wie z.B. Marcus Flint, helfen. Das Problem braut sich zusammen. Nur wenn du zusammenarbeitest, kannst du die Welt der Zauberer dank der neuen Zaubersprüche, Gegenstände und Verbündete, die du in dieser neuen Erweiterung erhältst, retten. In Freitag, der 13. Mai Horror in Camp Crystal Lake, einem von Angst getriebenen Horrorspiel, versuchen die Spieler fünf Nächte zu überleben, indem sie Waffen benutzen, wie z.B. Pfannen, Benzin, Hackmesser und vieles mehr. Wizard Kittens ist ein semi-kooperatives Kartenspiel. Die Spieler sind Zauberer-Kätzchen, die versehentlich ein paar Flüche aus dem eingeschränkten Bereich der Bibliothek freigesetzt haben. Jetzt müssen sie die Flüche besiegen, bevor sie von dem Bibliothekar, Professor Whistbur, gefangen werden. Im Harry Potter Hauspokal-Wettbewerb können die Spieler ihr erworbenes Wissen und ihre Magie einsetzen, um Lektionen zu lernen und Herausforderungen zu meistern. Die Spieler schicken dabei Figuren wie Harry Potter, Cedric Diggory, Draco Malfoy auf das Spielbrett, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Der Spieler, der die meisten Punkte für sein Haus verdient, wird zum Hauspokal-Champion ernannt und gewinnt das Spiel. Spongebob Plankton Rising ist ein kooperatives Karten- und Würfelspiel, bei dem die Spieler ein Team von Verbündeten zusammenstellen, um gegen Plankton anzutreten. Schlüpfe dabei in die Rolle deiner Lieblingscharaktere von Bikini Bottom, wie zum Beispiel Spongebob und Patrick. In Undorted Nordafrika, einer Fortsetzung von Undorted Normandy, führen die Spieler ihre Mannschaft erneut durch eine abwechslungsreiche Reihe von Missionen. Während die Zahl der Opfer steigt, verlassen verwundete Soldaten die Decks der Spieler und zwingen sie, sich den veränderten taktischen Umständen anzupassen. Nutze deine Karten, um deine Streitkräfte zu stärken, setze Fahrzeuge ein, um schnell über das Schlachtfeld vorzurücken und ergreife die Initiative, während du den Ausgang des nordafrikanischen Theaters bestimmst. In CTRL versuchen die Spieler einen Würfel zu dominieren, indem sie mit ihren farbigen Steinen diesen überdecken und dabei versuchen sie vorzugsweise ebenfalls die Steine anderer Spieler zu verdecken. In Sonora schnipsen die Spieler Holzscheiben auf ein Spielbrett, das für verschiedene lebendige Landschaften im Sand von Sonora steht. Jedes Gebiet umfasst ein anderes einzigartiges Spiel, sodass ein geschicktes Zielen erforderlich ist, um in der vom Spieler gewählten Region zu spielen und Punkte auf deinem Blatt zu erzielen. Achte dabei auf andere Spieler, die gerne Scheiben anstoßen, um selbst Punkte zu erzielen. Rise of the Emperor ist eine neue Erweiterung zu Imperial Settlers. Sie umfasst 220 neue Karten, die in drei Typen unterteilt sind. Provinzen, Ziele und Errungenschaften und Technologien und Entdeckungen. Außerdem verkürzt die Erweiterung das Spiel von fünf auf vier Runden. Britannia kehrt zurück und wird bei PSC Games erscheinen. Diese Ausgabe enthält über 200 Miniaturen und zwei Spielmöglichkeiten. Einmal das klassische Britannia und einmal das Dual Britannia, ein schnelleres Spiel für zwei Spieler auf einem neuen Spielfeld. Rome and Roll ist ein schweres Roll and Ride Spiel, bei dem ein bis vier Spieler gegeneinander antreten, um ein Imperium zu errichten. Ziehe aus einem Pool Würfel, um Ressourcen zu sammeln, die Stadt zu errichten und Armeen zu organisieren. Politische Bündnisse, die Kolonien und sogar die Götter spielen eine Rolle. Ashen Pass ist ein neues Schlachtfeld für Skyter mit nur einer Lane, aber zwei Kuppeln. Es ist ideal für schnelle und enge Spiele von 20 bis 40 Minuten Dauer geeignet. Es wird am besten mit zwei verschiedenen Außenseitern gespielt und erfordert vier Helden pro Mannschaft. Darüber hinaus gibt es mit Into Ashes ein neues Erweiterungsdeck und das enthält 30 Powerkarten, eine Zielkarte, eine ultimative Karte und es gibt jeweils zehn neue Machtkarten in dreifacher Ausfertigung. Zwei für jede Fraktion plus zwei fraktionslose Karten. Die Zielkarte ist die Jagd nach Macht, bei der es darum geht, den Außenseiter zu besiegen. Die ultimative Karte ist die Lawine und diese Karte ist für Brill war. In Disney Hocus Pocus The Game, das auf dem 1993 gedrehten Film Hocus Pocus basiert, müssen die Spieler gemeinsam daran arbeiten, den Zaubertrank der Sanderson-Hexen dreimal zu zerstören, bevor die Sonne aufgeht. Die Spieler halten eine Hand mit Zutaten unterschiedlicher Art und Farbe in der Hand und versuchen, alle Zutaten, Arten oder Farben in den Kessel zu bringen. In Marvel Vilnius Infinite Power bewegen die Spieler ihre Schurken an verschiedene Orte innerhalb ihrer Domäne, führen dort die Aktionen aus und teilen ihren Gegnern von einem gemeinsamen Schicksalsdeck Schicksalswendungen aus. Drei verschiedene Spielmodi ermöglichen es den Spielern, den Schwierigkeitsgrad ihres Spiels zu skalieren, indem sie sich mehr oder weniger Ereignissen stellen. In Deep Vance kontrolliert jeder Spieler sein eigenes hydrothermales Ökosystem, dem er in jeder Runde neues Leben und neue geologische Merkmale hinzufügt. Die Spieler konkurrieren um das Überleben in den unbarmherzigen Tiefen, in dem sie effizient sind und in nahegelegenen Systemen eine Vielzahl seltsamer und tödlicher Raubtiere jagen. Das Spiel endet, wenn nur noch ein Spieler im Spiel ist, wobei dieser Spieler gewinnt, oder nach acht Runden, wobei die Spieler Punkte für Ascheen und Muscheln in Reserve und Ascheen auf dem Spielstein erhalten. In diesem Fall gewinnt der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Das Ziel von Raiders of Cypher ist es, am Ende des Spiels der Spieler mit den meisten Siegpunkten zu sein. Siegpunkte werden durch Überfälle auf Siedlung, Plünderung und das Abschließen von Quests erzielt. Die Spieler müssen eine Besatzung zusammenstellen, Tiere ausbilden und Proviant sammeln. Das Spiel endet, wenn nur noch zwei nicht überfallene Siedlungen oder zwei Quests auf dem Spielfeld übrig sind. In Blue Skies präsentiert das Spielbrett den Spielern 30 Flughäfen in 30 Städten. Jeder Flughafen hat vier Tore, wobei du je nach Spieleranzahl nur zwei bis vier Tore benutzt. Zum Einrichten ziehst du Flughafenbedarfskarten vom Stapel, um Flughäfen mit Passagieren zu besetzen. Immer wenn du Passagiere auf das Spielbrett setzt, ziehst du aus einem Beutel, der anfangs 100 rote und 25 grüne Würfel enthält. Für jeden Flughafen ziehst du so lange, bis du einen roten Würfel ziehst und verteilst dann die Passagiere gleichmäßig an die offenen Tore des Flughafens. Flash 8 ist ein rasantes Spiel mit gleitenden Spielsteinen, bei dem ein bis vier Spieler um die Wette rennen, um ihre bunten Elektronenplättchen auf ihrem Spielbrett zu bewegen, um Kombinationen neu zu bilden und Punkte zu erzielen und das alles in Echtzeit. In Mia London und der Fall der 625 Schurken musst du der Detektivin Mia London helfen, zu entlarven, welcher der 625 berüchtigten Schurken ein böswilliges Verbrechen begangen hat. Achte auf die Hinweise, die du aufdeckst, denn jedes Accessoire erscheint auf zwei Karten, mit Ausnahme der Karte, die dem Schurken gehört. Court of the Dead Dark Harvest ist ein Beachspiel für drei bis sechs Spieler, in dem jeder Spieler um die Macht im Court of the Dead kämpft und darum, so viele Seelen wie möglich, vor der Vernichtung im himmlischen Krieg zu retten. The Coast ist ein herausforderndes wirtschaftliches Spiel, das die Spieler in die Rolle eines Unternehmens versetzt, dessen Interesse der Asbestindustrie in der ganzen Welt gilt. Die Spieler konkurrieren um ihr Vermögen, indem sie sich in verschiedenen Aspekten der Branche, wie Bergbau und Schifffahrt, konzentrieren oder diversifizieren. Derjenige, der das Spiel mit dem meisten Geld beendet, gewinnt. Deadly Doodle 2 enthält neue Karten, neue Regeln und einen neuen Würfel und diese Elemente können mit dem Basisspiel Deadly Doodles kombiniert werden. Ascension Curse of a Golden Eye bringt die Spieler zurück in die abgetrennten Meere, wo sie es wagen, Helden zu rekrutieren, mächtige Bauwerke zu errichten und den Schatz ihrer Gegner zu plündern, während sie darum wetteifern, die meiste Ehre zu erlangen, bevor das Spiel endet. Neben der klassischen Spielmechanik, die sich durch die zehnjährige Geschichte von Ascension Seed, führt Curse of a Golden Eye eine neue Spielmechanik ein, und zwar Verfluchter Schatz. Spieler, die Paare von Spielsteinen des verfluchten Schatzes sammeln, können diese verwenden, um wertvolle Runen, Macht und mehr zu gewinnen. Shards of Infinity Into the Horizon setzt die Deckbuilding-Kämpfe fort, die in früheren Shards of Infinity-Sets zu sehen waren. Zwei neue Spielmechanismen sind in diesem Set enthalten, Schicksale und der böse Ingemenex. Schicksale ermöglichen es den Spielern, wertvolle Mastery auszugeben, um während des Spielens einen Vorteil zu erlangen. Die Ingemenex sind eine neue Quelle der Spannung, die allen Spielern schaden wollen, aber mit einem guten getimten Einsatz von Macht besiegt werden können. In Camp Pintop bist du der Leiter einer Pfadfindergruppe, die die Wildnis erforscht. Um zu gewinnen, musst du deine Pfadfinder auf den höchsten Rang aufsteigen lassen. Auf dem Weg dorthin musst du Fertigkeitsplättchen sammeln, die deinen Pfadfindern besondere Fähigkeiten verleihen und es dir ermöglichen, bis zum höchsten Rang in der Pfadfinderorganisation aufzusteigen. Die Ranged ist ein semi-kooperatives Gothic-Abenteuer Überlebensspiel, in dem du Rivalen, schreckliche Monster und deinen eigenen inneren Dämon bekämpfen musst. Zu der Ranged gehören Elemente wie Deckbau und jeder Spieler hat sein eigenes verborgenes Ziel. Das Spielbrett ist modular aufgebaut und das Spiel enthält Miniaturen, die die Spieler sowohl als Menschen als auch als Mitglied der Geistesgestörten darstellen. Falls ihr zu der Ranged noch mehr Informationen haben möchtet, könnt ihr euch gerne meinen, wie spiele ich dazu anschauen. Deine Herausforderung in Aliens Barkhand besteht darin, die Mission zu beenden und den Komplex zu evakuieren. Dazu suchst du dir deinen Lieblingscharakter aus dem Film Aliens aus und jeder davon hat eigene besondere Fähigkeiten. Hostage Negotiator Career ist eine Erweiterung für das Hostage Negotiator System. Dwarf Seven Spring ist ein Engine Builder für zwei bis vier Spieler von Vesuvius Media. Jeder Spieler beginnt in Zoo Years Eve mit drei Karten und versucht abwechselnd, seine Tiere in die Party zu schmuggeln, indem er diese Karten verdeckt ausspielt. Wenn jemand deinen Bluff mitgeht, muss er eine zusätzliche Karte ziehen. Wenn nicht, ist er dabei und kann seine Karte ebenfalls ablegen. Und der erste Spieler, der alle seine Karten los wird, gewinnt. Infinity Gauntlet ist ein neues Love Letter Spiel. Zu Hero Realms erscheint eine neue Erweiterung und Packs. Die Conquest Pack und wie Discovery Pack enthalten jeweils sechs neue Questkarten und sechs neue Reliquienkarten. Du erhältst zu Beginn des Spiels geheime Quests, die dir jeweils ein spezielles Ziel geben. Wenn du ein Quest abschließt, erhältst du sofort eine mächtige Reliquie als Belohnung. Das Travelers und Hunter Pack enthalten jeweils neue Champions und Aktionen für dein Deck. Die Lost Village setzt das Abenteuer dort fort, wo The Rune of Thunder aufgehört hat. Es enthält ein vollfarbiges Abenteuerbuch und über 100 Karten, darunter 12 übergroße Meisterkarten. Im Pandemic Hot Zone North America arbeiten die Spieler gemeinsam gegen das Spiel, um Heilmittel für drei tödliche Krankheiten zu finden, die den Kontinent bedrohen. Reise in verschiedene nordamerikanische Städte, um die örtliche Bevölkerung zu behandeln, Ausbrüche zu verhindern und die Forschung mit deinem Team zu teilen. Könnt ihr die Heilmittel entdecken, bevor es zu spät ist? Pandemic Hot Zone North America ist eine kürzere Version des Spiels Pandemie. Das sind die Spiele, die im Juli beziehungsweise August in die Läden gekommen sind oder auch noch kommen werden. Und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck über die Spiele vermitteln, gerade auch im Hinblick auf die SpielDigital. Zu den Neuheiten von der SpielDigital werde ich auch noch ein Video machen. Und ja, damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! ... ... ... ...